In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Umkehraufgaben zur Normalverteilung mit Hilfe des WTRs lösen kann. Natürlich wäre es in erster Reihe wichtig zu verstehen, was überhaupt eine Umkehraufgabe bedeutet. Dafür schauen wir uns erstmal die übliche Aufgabenstellung im Rahmen der Normalverteilung. Beispielsweise P von X höchstens 60. Wenn wir uns jetzt diese Aufgabe anhand einer gauschen Glockenkurve vorstellen wollen, dann wird es wie folgt aussehen, also hier ist unsere Glockenkurve und 60 ist einfach eine Grenze und P von X höchstens 60. Das bedeutet, das ist die Wahrscheinlichkeit oder die Fläche unter der Kurve von minusunendlich bis 60. Unter der Voraussetzung, dass man jetzt Erwartungswert und Standardabweichung hätte, könnte man das Ganze im Taschenrechner eintippen. Ich habe hier die üblichen Befehle für den wissenschaftlichen Taschenrechner eingeblendet. Auf der linken Seite steht das Befehl für Texas-Taschenrechner und auf der rechten Seite für die Casio-Taschenrechner, also Normal-CDF bzw. kumulierte Normalverteilung. Und wenn man das Ganze jetzt mit diesem Befehl im Taschenrechner eintippt, dann bekommt man beispielsweise eine Wahrscheinlichkeit von 0,423. Wundert euch an dieser Stelle allerdings nicht, woher diese Zahl herkommt. Das ist einfach nur eine fiktive Aufgabenstellung, um den Sachverhalt zu erklären. Was man hier aus dieser üblichen Aufgabenstellung für Normalverteilung mitnehmen sollte, ist, dass bei solch einer Aufgabe eigentlich die untere und die obere Grenze, hier mit minus unendlich und 60, sowie die Standardabweichung und der Erwartungswert gegeben sind. Und gesucht ist natürlich die Wahrscheinlichkeit oder die Fläche zwischen der Kurve und X-Achse. Bei einer Umkehraufgabe dagegen sieht die Sache ein bisschen anders aus. Und zwar beispielsweise so, dass einer der Grenzen gesucht ist. In diesem Fall wäre das die obere Grenze. Aber natürlich anhand der Aufgabenstellung kann auch die untere Grenze gesucht sein. Dafür ist aber das Ergebnis, also der Flächenhalt oder die Wahrscheinlichkeit gegeben. Wenn wir uns das Ganze jetzt noch anhand einer Gauschen-Glocken-Kurve vorstellen, dann wird es wie folgt aussehen. Also hier ist die gesuchte obere Grenze in diesem Fall. Dafür haben wir diesen Flächenhalt. Das ist dieser 0,423. Und die untere Grenze ist natürlich auch bekannt. Das ist minus unendlich. Und unser passender Taschenrechnerbefehl lautet wie folgt. Links mal wieder die Texas-Taschenrechner mit Inverse Normal und rechts die Casio-Taschenrechner mit Inverse Normal-Verteilung. Es ist allerdings an dieser Stelle sehr wichtig zu verstehen, dass der Taschenrechner nur von minus unendlich bis zu einer unbekannten Grenze das Ganze bearbeiten kann. Damit würde ich sagen, wenn die Fläche jetzt auf der rechten Seite von dieser unbekannten Grenze wäre, würde das so auf die Weise nicht funktionieren. Wie es dann geht, sehen wir dann natürlich gleich bei der Beispielaufgabe. Also, schlussfolgend können wir sagen, bei dieser Umkehraufgabe sind folgende Sachen gegeben. Also die Fläche zwischen Kurve und X-Achse, die untere Grenze, sowie die Standardabweichung der Erwartungswert. Und gesucht ist beispielsweise die obere Grenze. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir ein paar typische Aufgaben dazu anschauen. Beispielaufgabe 1. Die Zufallsgröße X ist normal verteilt, mit Erwartungswert 160 und Standardabweichung 20. Bestimme für die Zufallsgröße X die Grenze C des passenden Intervalls. Und die erste Teilaufgabe. P von X kleiner C ist gleich 0,78. Also in diesem Fall wäre die obere Grenze gesucht. Zur Erinnerung, das sind die Befehle hier rechts eingeblendet, die man in den Taschenrechner braucht. In diesem Fall werden wir nur den inversen Befehl brauchen. Und wir versuchen uns zuerst das Ganze anhand einer gauschen Glockenkurve vorzustellen. Also das ist unsere Kurve. Hier ist die Grenze C. Und der Flächenhalt oder die Wahrscheinlichkeit, die gegeben ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hier für diesen Bereich. Und die beträgt anhand der Aufgabenstellung 0,78. Das bedeutet, wir tippen jetzt den Taschenrechner bei diesem inversen Befehl. Einfach den Flächenhalt, die Standardabweichung und den Erwartungswert. Und damit kriegen wir einen Wert von 175,44 raus. Die zweite Teilaufgabe sitzt sehr ähnlich zu der ersten und sie hat sogar den gleichen Lösungsweg. Der einzige Unterschied, da steht jetzt nicht X weniger oder kleiner als C, sondern es steht X höchstens C. Allerdings, weil wir eine stetige Verteilung haben, durch diese Normalverteilung, machen wir keinen Unterschied zwischen weniger und höchstens. Das bedeutet, gleicher Lösungsweg, gleicher Ansatz, gleiche Zahlen und natürlich gleicher Ergebnis. Bei der Teilaufgabe C sieht die Sache ein bisschen anders aus. Also wir suchen jetzt eine Grenze C, sodass die Wahrscheinlichkeit für X größer als C gleich 0,35 ist. Versuchen wir uns auch das grafisch vorzustellen. Also wir haben hier unsere Glockenkurve, die Grenze C. Und was gegeben ist in dieser Aufgabenstellung, ist die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich, also für die rechte Seite. Und jetzt fangen ein bisschen die Probleme an. Der Taschenrechner ist nicht in der Lage, das Ganze auszurechnen, wenn die untere Grenze gesucht ist. Deshalb müssen wir ein bisschen rumtricksen. Wir wissen zwar, dass die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich 0,35 ist, aber wir brauchen die Wahrscheinlichkeit für die linke Seite. Und weil die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 beträgt, 1 minus 0,35 sind natürlich 0,65. Somit haben wir jetzt die Wahrscheinlichkeit für den Bereich, den wir auch bearbeiten können. Das bedeutet, wir können jetzt einen neuen Lösungsansatz sozusagen schreiben. Und er lautet, P von X kleiner gleich C, also höchstens C soll 0,65 sein. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um das Ganze bei diesen inversen Befehlen Taschenrechner einzutippen. Und das Ergebnis wäre in diesem Fall 167,71. Und bei der Teilaufgabe D kann sich hoffentlich jeder von euch vorstellen, dass es genau das gleiche ist. Es gibt auch in diesem Zusammenhang keinen Unterschied zwischen mehr oder mindestens, weil es eine stetige Verteilung ist. Das bedeutet, auch hier würde das Ergebnis genauso lauten. Wir bleiben jetzt bei dieser Beispielaufgabe 1, wo ich euch noch zwei interessante Teilaufgaben zeigen möchte. Also, alle Zahlen bleiben gleich, das wäre die gleiche Werte für Erwartungswert und Standardabweichung. Und wir wollen jetzt die Grenze C bestimmen, sodass die Wahrscheinlichkeit für den Bereich zwischen C und 150 0,21 beträgt. Natürlich versuchen wir uns das wieder als erstes anhand der Gauscher Glockenkurve vorzustellen. Also, die untere Grenze ist C, die obere 150 und die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich zwischen C und 150 ist gegeben. Um die Grenze C zu bestimmen, müssen wir diesen Ansatz, den wir hier links haben, ein bisschen umschreiben. Und zwar, man kann ja diesen Ansatz zerlegen, einmal in die Wahrscheinlichkeit, die von minusunendlich bis 150 geht. Das ist dieser Bereich. Also, ich kann dann sagen, P von x kleiner gleich 150. Und dann den linken Bereich abziehen. Das bedeutet, alles von minusunendlich bis C. Also, minus P von x kleiner gleich C. Und wir haben natürlich dann immer noch die Wahrscheinlichkeit hier für diesen Bereich dazwischen. Und die beträgt 0,21. Jetzt könnten wir diesen Ansatz hier nach P von x kleiner gleich C umformen. Das bedeutet, ich könnte jetzt diese minus P von x kleiner gleich C auf der rechten Seite bringen. Mit plus P von x kleiner gleich C. Und gleichzeitig könnt ihr auch die 0,21 auf der linken Seite bringen. Das bedeutet, minus 0,21. Entsprechend haben wir dann P von x kleiner gleich 150. Minus 0,21 ist das gleiche wie P von x kleiner gleich C. Dieser Ansatz hier, P von x kleiner gleich 150, kann man natürlich berechnen. Und zwar mit diesen zwei Befehlen hier oben, abhängig davon, welchen Taschenrechner ihr benutzt, nehmt ihr immer das passende Befehl. Die Werte für Wartungswert und Standardabweichung haben wir oben. Und wenn wir das alles in den Taschenrechner eintippen, dann kriegen wir für diesen Bereich hier 0,31 raus. Kurz gesagt, wenn wir das Ganze zusammenfassen, können wir dann sagen, P von x kleiner gleich C ist das gleiche wie 0,31 minus 0,21 sind natürlich 0,1. Und jetzt haben wir einen stinknormalen Befehl, was wir mit dieser inversen Funktion bearbeiten können. Wir tippen jetzt alles in den Taschenrechner und kriegen für diese C ungefähr den Wert 134,37. Also auf die Weise kann man auch solche Aufgaben bearbeiten. Und vielleicht ahnt ihr schon, was bei der letzten Teilaufgabe gesucht ist. Natürlich die obere Grenze. Also, wir versuchen uns das wieder anhand einer Gausschen-Glocken-Kurve vorzustellen. Sieht dann so aus. Unterer Grenze ist 125 und obere Grenze ist C. Und die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich beträgt 0,41. Mit einer ähnlichen Taktik wie oben versuchen wir erstmal, oder werden wir diesen Befehl erstmal auseinandernehmen. Das bedeutet, wir fangen erstmal an mit der oberen Grenze. Das heißt, P von x kleiner gleich C. Übrigens, ich kann auch kleiner C schreiben, das spielt keine Rolle in diesem Zusammenhang. Minus P von x kleiner gleich 125. Und das Ganze soll 0,41 ergeben. Jetzt bringen wir natürlich dieses P von x kleiner gleich 125 rüber. Und dann bleibt auf der linken Seite nur noch P von x kleiner gleich C. Ist gleich 0,41 plus P von x kleiner gleich 125. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich hier können wir wieder mit dem ersten Befehl im Taschenrechner, Normal-CDF, beziehungsweise kumulierte Normalverteilung, bearbeiten. Und in diesem Fall kommt dafür raus 0,04. Also zusammengefasst haben wir dann P von x kleiner gleich C. Sind gleich 0,45. Und jetzt mit dem inversen Befehl kann man wieder die Grenze C bestimmen. Und in diesem Fall liegt C bei ca. 157,49. Und zum Schluss noch eine kurze und beim ersten Blick auch kompliziertere Aufgabe. Also bestimmen wir die Zahl C so, dass für die normal verteilte Zufallsgröße x mit dem Erwartungswert 120 und Standardabweichung 40 die Gleichung gilt. Wenn ihr euch jetzt ein bisschen genauer diese Gleichung anschaut, dann merkt ihr, dass es sich um die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Bereich handelt, die gleich 0,6 sein sollte. Also versuchen wir uns das erstmal grafisch vorzustellen. Das ist unsere Glockenkurve. Zur Orientierung, die x-Koordinate vom Hochpunkt ist natürlich der Erwartungswert. Und wir haben dann einen bestimmten Bereich. Also vom Erwartungswert gehen wir einmal um den Wert C nach links und einmal um den Wert C nach rechts. Und die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich ist uns gegeben mit 0,6. Um diese Aufgabe zu lösen, müssen wir uns an ein paar einfache und hoffentlich bekannte Eigenschaften der Gauschen-Glockenkurve erinnern. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Kurve immer symmetrisch zum Erwartungswert ist, hier mit der gestrichelten rote Linie dargestellt. Weil unser Intervall ebenfalls symmetrisch zum Erwartungswert ist, die untere Grenze ist 120 minus C und die obere Grenze ist 120 plus C, können wir mit gutem Gewissen behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich hier links vom Erwartungswert 0,3 ist. Außerdem, weil die Kurve symmetrisch zum Erwartungswert ist, wissen wir natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit von minus unendlich bis zum Erwartungswert 0,5 beträgt. Und somit können wir dann schlussfolgern, dass die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich hier von minus unendlich bis 120 minus C entsprechend 0,2 beträgt. Damit können wir auch einen Lösungsansatz stellen und zwar P von X höchstens 120 minus C ist dann gleich 0,2. Und jetzt können wir diesen inversen Befehl für die Normalverteilung in den Taschenrechner eintippen. Also für die Fläche tippen wir diese 0,2 ein, dann Erwartungswert ist 120, Standardabweichung ist 40. Und damit finden wir raus, dass dieser 120 minus C ungefähr 86,34 ist. Natürlich haben wir damit nicht direkt C bestimmt, aber wir müssen nur diese kleine Gleichung nach C umformen. Und damit ist die Sache schon erledigt. Also als erstes könnten wir zum Beispiel die 120 rüberbringen mit minus 120. Entsprechend haben wir dann minus C ist ungefähr minus 33,66. Und wenn wir das Ganze nochmal mal minus 1 nehmen, dann haben wir für C ungefähr 33,66. Und das wäre der gesuchte Wert für C. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt bereits bemerkt, es ist sehr wichtig, dass ihr in der Lage seid, die Eigenschaften der Gauischen Glockenkurve richtig zu interpretieren. Es gibt natürlich auch noch andere Aufgabentypen zur Normalverteilung, sowie diesen Satz von de Moivre Laplace. Und wichtig sind auch noch Aufgaben zu stetigem Verteilung, beziehungsweise die Eigenschaften der Dichterfunktion. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.